Veränderung ist Teil unserer Welt. Sie digitalisiert, vernetzt sich stetig, überträgt unentwegt, verarbeitet in Lichtgeschwindigkeit, taktet ohne Pause. Was gestern noch unmöglich schien, wird auf einmal Realität. Seit über 55 Jahren ist die Kübler-Gruppe Vordenker und Taktgeber in der industriellen Automation. Auf der ganzen Welt vertrauen und verlassen sich Kunden darauf, dass Kübler-Produkte und Lösungen Bewegungen sicher erfassen, zählen oder Daten und Ströme übertragen. Was 1960 als kleiner Betrieb, gegründet von Fritz Kübler in Villingen-Schwenningen am Rande des Schwarzwaldes beginnt, ist heute ein weltweit führendes und stark wachsendes Familienunternehmen mit vier Fertigungsstandorten, zehn Töchterunternehmen und starken Vertretungen in über 50 Ländern. Mein Vater war ein genialer Konstrukteur und Techniker. Jemand, der uns gelehrt hat, auch sehr respektvoll mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen. Er war eher ruhig, nicht ganz so gesprächig, aber er hatte eine klare Zielsetzung. Er gab uns viel Freiraum. Das hat bei uns eine unglaubliche Energie freigesetzt, eine Motivation und er hat dadurch die Nachfolge in die richtigen Bahnen gelenkt. Die Kübler Gruppe bietet ihren Kunden ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen aus den Segmenten Positions- und Bewegungssensorik, Drehgeber und Steuerungen für funktionale Sicherheitstechnik, Übertragungstechnik und Schleifringe sowie Zähler und Prozessgeräte. Dabei werden auch Modifikationswünsche über die Katalogprodukte hinaus flexibel und schnell erfüllt. Innovation aus Kundensicht. Wir sind immer darauf konzentriert, die Anwendung des Kunden zu verstehen. So können wir die richtigen Produkte und Lösungen liefern. Immer häufiger entwickelt Kübler mit Kunden maßgeschneiderte Zukunftsprodukte und baut diese in selbst hergestellten Fertigungsinseln. Der Mehrwert für den Kunden liegt auf der Hand. Passende Produkte, kompetente technische Beratung und kurze Lieferzeiten. Die Basis ist unser Kübler Produktionssystem, welches wir nun weiterentwickeln als Kübler Wertschöpfungssystem. Damit gelingt es uns, die Produkte noch schneller und flexibler an unsere Kunden liefern zu können und die Entwicklungszeiten deutlich zu verkürzen. Auch in der Produktentwicklung entsteht Premiumqualität auf allen Ebenen. Von der Lösungssuche, über die Umsetzung durch erfahrene Ingenieure, bis zur frühzeitigen Planung der selbst entwickelten und hergestellten Fertigungsinseln. Ein Applikations-Support in vielen Ländern ist genauso selbstverständlich wie ein zuverlässiger After-Sales-Service. Wir sind überzeugt, dass Nähe und Flexibilität vor Ort wichtige Volksfaktoren für unsere Kunden und unser Unternehmen sind. Damit aus einem Versprechen Wirklichkeit wird, lebt das Unternehmen seine Qualitäts- und Kaisin-Kultur. Das Kübler Produktionssystem und eine offene Kommunikation reduzieren Verschwendung und sorgen für sichere und schlanke Prozesse. Die Kaisin-Kultur ist für uns Grundlage, dass wir für unsere Kunden echten Nutzen bieten können. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben das Ganze, weil sie voll und von Anfang an mit eingebunden sind. Weltweit arbeiten über 450 Menschen für Kübler und verfolgen ein Ziel – Kunden zu begeistern. Eigenverantwortung, Partnerschaft und stetes Lernen sind Werte, an denen täglich mit Herz und Verstand gearbeitet wird. Das wird bei jedem Kontakt spürbar. Wir wollen in unseren Kernbranchen immer zu den Top 3 gehören. Überdurchschnittlich wachsen, auch ertragreich wachsen. Technologisch vorne an der Spitze stehen. Damit erfinden wir uns immer wieder neu. Das Schöne daran ist, dass wir so die Zukunft mit unseren Kunden gemeinsam gestalten. Ganze Branchen profitieren von den Innovationen der Kübler-Gruppe. Die Fabrikautomation, die Antriebs- und Aufzugstechnik, Verpackungstechnik, mobile Automation, erneuerbare Energien und Schwerindustrie. Wer sich für Kübler entscheidet, erhält hohe Leistung, Perfektion, lange Lebensdauer und weltweite Präsenz. Ihre Welt ist unsere Welt. Die Kübler-Gruppe. Zukunft bewegen.